Warum weiß Reiner, vielleicht das wird auch einfacher für dich eine Geschichte erzählen, oder warum weiß? Ja, deutlich. Nein, deutlich ist die Geschichte. Erzählen Sie es ja so, dass man nicht den Stück von Natascha. Aber sie muss es selber erzählen. Das ist über eine kleine Mädchen, die viele Illusionen hat. Sie ist schon eine junge Frau, sozusagen. Sie arbeitet in einer Bar. Sie serviert jetzt Bier zu vielleicht ein bisschen getrunkene Leuten. Und sie träumt immer wieder über einen Prinz. Ein wunderschöner Mann, der kommt und endlich bringt er Sie zu einer viel schöner Welt. Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. Die Musik Your heart is mute, your soul is lovely like the moon Your pride is lost, the time has painfully cut down Everything looks dark and cold, since you drink a cheerless thought Dropping mirrors, tears from a broken jar Once again, the night is done, once again, your home is done There's no illusion, just confusion, sedentary to see the sky But you'll see the night of the sky You'll see the Marianne comes to the next day All the fog and the the flowers are affairs And you'll see when your light Everything is done But it is�대 But we need you to live our world Musik 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 Der Prinz, der Prinz, will kommen. You know how the story goes. Everything will be for right. He will have the strength of light. He will build a world full of love for you. Oh, my novice work, da-da. All these people's lonely, too. But keep on dreaming, keep on believing. Every day your place will come. Oh, my novice work, da-da. Oh, my novice work, da-da. We'll be right back. Musik Applaus